... sich in Richtung Norden. Ich bin davon überzeugt, dass er zum nördlichen Wasserstamm reist. Ebenso glaube ich, dass der junge Avatar nur sein Geburts-Element Luft kennt. Ich bin mir sicher, er will die Beherrschung des Wassers erlernen. Er erhofft sich Unterweisung von jemandem beim nördlichen Wasserstamm, wo sie fern unseres Einflussbereichs ganz offen das Wasserbändigen praktiziert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020